Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Fallout New Vegas. Es geht immer noch gegen die Weißbeine. Und wir erkunden heute die nächsten Sachen auf der Karte, während wir... Ähm... Äh, um die Weißbeine können wir jetzt hier auslöschen. Eigentlich. Gucken wir erstmal, was das Wetgate ist. Dieses Ding hier wahrscheinlich, ne? Nicht. Hätte ich jetzt, äh, so geraten. Müsste ich da vielleicht oben drauf auf das Wetgate, damit das... eher... äh... getriggert wird quasi. Ich werde schließlich schon so alles erkunden. Mist. Ach, diese Kackviecher, ne? Nein, warte mal. Wenn das nachher nicht so brutal aussieht, dann mach ich mal Feuerwerks, so. Hallo. Vor allem, du machst mir halt so gar keinen Schaden. Das juckt mich nicht. Äh, das Einzige, was mich juckt, sind Mückenstiche. So. Ist hier das Wetgate, dann? Aha. Das ist ja... Der Hammer. So, äh... Wollt ihr... Ist das denn, äh, zu den Wapid Dogs? Na gut, das ist ein schöner Sniper-Punkt, immerhin. Die da, unten. Aua. Das war fast dämlich. Habe ich meine Beine wieder? Yo. Äh, okay, ähm... Vielleicht 20 dadurch, ne? Äh, dann bin ich bei... 350. 70, 90, 14. Ja, hier ist auch nicht so viel. Ist ne Kiste mit Altmetall. Zwei Mal aufbereitet das Wasser. Geil. Aber das war's auch. Das heißt, unser nächstes Ziel ist, äh... Die Messerspitze. Der Erkundung des Tales von Zion. Oder des Zion-Tals eher. Das ist ja nicht das Tal von Zion. Äh... Aber siehst du das an dem Zustand auch? Ich hab ziemlich oft zugeschlagen und trotzdem... Der Zustand hält sich. Also eine Feuerwehr... Es geht natürlich auch nicht so below-mäßig kaputt. Die hält sich auch ein bisschen. Jetzt, äh... Das geht, okay. Die Messerspitze. Das ist wahrscheinlich nur diese Landzunge, ne? Ja. Ist auch nichts Besonderes dran. Also nehmen wir als nächstes den Virgin. Weil das ist eigentlich da das Ganze hier. Oh. Maddex. Small 22 Overboy. Sowas brauch ich alles nicht. So. Ein Sprung ins Kühle Nass. So, das ist der Virgin River. Die Brücke da hinten ist, glaub ich, die, wo wir schon hin müssen. Ich will grad mal gucken, ob in dem Boot da was drin ist. Ja. Ist es. Stimpack. Super Stimpack. Eine H-Klammer. Das ist tatsächlich gelohnt. Hoopte ich jetzt mal. Äh... Wo ist das? Das ist in den... Two-Sky-Sky-Höhle. Okay. Wo ist denn die? Die ist ein bisschen rechts. Wann ist das da auf dem Lande? Oder wie? Ich will die eigentlich gerne noch erkunden. Hä? Dies ist der einzig sichere Pfad zwischen den Narrows und Pine Creek. Diese Fallen werden sie in Stücke reißen. Was soll wir dagegen unternehmen? Entschärfen sie die Fallen, wenn sie können. Oder finden sie die Weißbeine, die sie gestellt haben, und vertreiben sie sie. Unsere Kundschafter sollten mit ihnen fertig werden, solange sie nicht gleichzeitig Raider abwehren müssen. Die Fallen müssen woher kommen? Ich wette, die Weißbeine, die sie gestellt haben, sind noch dort. Ich denke, sie haben recht. Vielleicht sollten wir sie finden, bevor sie noch mehr Fallen stellen. Also kümmern wir uns darum. Wie sie wünschen. Sir, bitte dann venture mit Sir. Du ist geistert, oder wie? Wo? Was? Ich speichere mal. Ah. Das war klug. Okay. Wow. Ich bin richtig zusammengezuckt. Oh, fuck. Hallo. Äh, Gossiping Girls. Ja, das war gut. Ja. Hä? Jetzt ist die Frage, sterbe ich trotzdem? Aha, aha, aha. Was ist denn hier wieder? Granaten. Ja. H-Klammern. Wet the way. Ein Stealth-Boy. Eine Klasse-Granate. Jetzt ist sie einfach nur jemand zurückgezogen zum Überleben anscheinend. Wohl's-Granate, eine Spiegel-Granate. Ähm. Ein, by the way. Ein paar Klammern. Äh, noch eine Spiegel-Granate. Ein Terminal. Jahr 2083. 5. Mai. Es erholt sich mehr und mehr. Opuntien lebt Honig, Miskrete und Jucca-Banana zur Liste der Überlebenden hinzugefügt. Seltsame Knöllchen. Mutation. Aber gefahrlos essbar. Ernte sehr vorsichtig. Niemals mehr als ein Fünftel. Jedes Mal, wenn ich Aussicht auf was zu essen habe, das nicht aus einer Dose kommt, läuft mir das Wasser im Mund zusammen. 7. Mai. Wolken von stechenden Fliegen beim ungestürzten Baum, die ich nicht den Schläfer nenne. Kleine Blitze in den Wolken. Die bellen große Viecher, lähmen die Mücken im Flug und fressen sie. Das ist was Neues. 19. Mai. Groß waren Schafe. Eine Familie. Bock, Mutter und ein Junges. Gott verdammt nochmal. 20. Mai. Die Schafe waren anders. Bullig. Muttertier hatte geborgene Hörner. Genau wie der Bock. Habe zuvor schon winzige Echsen gesehen, aber zum ersten Mal so große Tiere. Klopf auf Holz. 5 bis 10 Jahre Zucht. Frisches Fleisch. Leder. Hörner. Ich weiß, dass es Zeit ist, zurückzukehren, Schar, wenn der Winter vorbei ist. 20. 84. 14. Juni. Gerade zurückgekehrt. Erschöpft. Habe unterwegs gutes Zeug erreichen können. Konnte einen ganzen Wagen voll heimkarren. Schreibe morgen. Schlafen. 15. Juni. Am 10. April losgezogen. Brauchte 15 Tage nach Salt Lake City. Früher wären es 07 bis 09 gewesen. Musste Stellen mit hoher Strahlung umgehen. Und habe unterwegs Sachen gesammelt. Keine Ahnung, was ich mir erwartet habe. Hatte mir vorgestellt, mein Haus zu finden. In den Trümmern zu graben, irgendwas zu finden. Deine Knochen und die von unserem kleinen Racker hatte ich gehofft. Hätte sie begraben. Vielleicht hier in Zion. Salt Lake City besteht fast nur noch aus Kratern. Verbogene Stahlträger, wo hohe Häuser standen. Berge von Groll. Habe unser Haus nicht gefunden. Nicht mal die Straße. Was kein Krater war, war kahl gebrannt. Ich möchte daran glauben, dass es schnell ging. Ein Blitz und Weide vaporisiert. Es geht mir besser mit diesen Lügen. Ich werde es nie wissen. Welcher Teil der Stadt wurde zuerst getroffen. Wenn es den Nordosten war, wart ihr beide in Sekunden tot. Wenn es weiter weg war, seid ihr schreiend lebendig verbrannt. Oder Glassplitter und Steine und Holzstückchen machten euch zu Hackfleisch. Sieh hin, Feigling. Hör zu. Dreh dich nicht weg. Stell dich. Wenn du mutig gewesen wärst, hättest du dir ein Plätzchen gesucht und dir das Hirn rausgeblasen. Aber du nicht. Du bist in aller Ruhe zurückgegangen und hast deine Einkaufstole rausgemacht. Schmarotza. Der Truck stand immer noch auf der 77. Nördlich von Spanish Fork. Der Christus auch. Aber keine Spur von den Skeletten des alten Pärchens. Außerhalb von Neffi habe ich Spuren gefunden. Drei Männer. Gingen Richtung Frau und Goua Iguin. Habe mir überlegt, ihnen zu folgen. Verrückte Vorstellungen von Freunden. Wohl eher kann die Wahlen. 20. Juni. Ich habe zwei Tage gebraucht, um eine Tür zu bauen und sie unter Strom zu setzen. Haus ausieren verboten. Arschlöcher, trautes Heim, verficktes Glück allein. 2095. 20. September. Ich habe 28 gezählt. Elf erwachsene Männer, acht Frauen, neun Kinder, zwischen zwei und zehn. Ein paar Gewehre und Pistolen in schlechtem Zustand. Alte Weltkleidung. Schäbig. 22. September. Es letzte Nacht nah genug angekommen, um sie reden zu hören. Es war Spanisch, glaube ich. Aus Mexiko. Habe sie mehrmals Paradiso sagen hören. Ich denke, sie bereut... Das bedeutet Paradies. Sie werden dann wohl bleiben. Schein harmlos. Scheinen. 5. Oktober. Die, die ich Maria nenne, ist schwanger. Ich denke, Jose ist der Vater. Aber sie verbringt auch viel Zeit mit Pablo. 7. Oktober. Pedro kam raus, um in den Fluss zu pinkeln. Hätte er nach links geschaut, hätte er mich gesehen. Das war zu knapp. Muss ihm mehr Raum geben. 10. November. Jose hat sich bei der Großmannjagd ein Bein gebrochen. Er war zu weit vom Lager entfernt, als dass sie ihn hätten hören können. Nahm wir vor, ihn rauszuhalten. Nämlich rauszuhalten. Konnte es aber nicht. Habe etwa 300 Meter vom Lager entfernt meine beste Jose-Imitation gegeben. Die, ihr wisst es, ein paar Nachschauen kamen. Habe sie dann auf diese Art bis zum Bergkamm weitergelockt, wo sie den echten Jose rufen hören konnten. Vermutlich vergeblich. Offener Bruch. 11. November. Infektion. So viele verdammte Worte sind fast identisch. Ich denke, ich könnte das fließend. Jedenfalls. Joses Bein ist infiziert. Er wird sterben. So ist die Natur. Natürlich versuchen sie es mit Beten. 12. November. Habe letzte Nacht eine Flasche mit Antibiotikum auf einem Felsen außerhalb ihres Lagers deponiert. Sie haben natürlich Gott. Deus gedankt. Als ob dieses Arschhoff ist für angebracht hier. Erst die Welt niederzubrennen, aber sich dann noch genug sorgen würde, Medizin auf einen Felsen zu legen. 15. November. Jose wird immer humpeln, aber davon abgesehen ist er in Ordnung. Meine gute Tat des Monats. Ob sie den Winter überleben werden. Das ist anscheinend der Typ, der, äh, der, 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 also es ist auf jeden Fall dieser Typ, der, den wir in der letzten Folge oder was wir da gesehen haben. Äh, der, das war auf jeden Fall der aus dem anderen Terminal, der mit dem Wasser in der Höhle. Das klingt irgendwie pervers mit dem Wasser in der Höhle. Fuck, ich werde sterben! Ich hab nicht mehr Schaden bekommen. Äh, ich hab nicht mehr Schaden bekommen. Asad, like, Sword Lake City muss es ja echt getroffen haben. Verstehe ich nicht. Das ist doch jetzt nicht so der super-mega-Stützpunkt. Äh, keine Ahnung, warum das dann so extrem getroffen wurde. Ist das der Ausgang? Nein, das ist nicht der Ausgang. Ähm, aber interessant, die Geschichte von diesem Mann zu hören. Ich glaube, ich wäre so jemand gewesen, der hätte so eh nicht agiert. Aber wenn ich sowas richtig Gutes wie, äh, Antibiotikum, glaube ich, nicht abgegeben hätte, tatsächlich. Nahrung, Waffen vielleicht. Hätte ich ja abgegeben, aber ich glaube, kein Antibiotikum. Was ist meine Aufgabe? Äh, töten Sie die Weißbeine, entschärfen Sie die Fallen, kommen Sie sich um die Fallen der Weißbeine. Aha. Äh, wie weit ist das weg, wo ich jetzt gerade hingehe? Zu weit. Da ist einer. So. Nächste müsste auch hier irgendwo sein. Ach da. Ah. Schrei doch nicht, Sung. Da sind auch noch ein paar Bärenfallen. Also, ganz ehrlich, wer die, äh, nee. So. Äh, ich sehe noch mehr. Da sind noch zwei Sachen. Da sind noch Weißbeine. Wir schleichen wie Mondlicht über stilles Wasser. Hier sind noch welche. Da auch. Oh. Hey, 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 hey. Oh, sorry. Na. Na. Ich habe das hier unter Kontrolle. Gut, gut, gut. Äh. Daniel sagt, die meisten Menschen außerhalb des Halb des Tals wandeln nicht auf dem Pfad des Vaters. Vielleicht nehmen sie sein Wort mit sich, wenn sie gehen. Vielleicht. Ähm. Das war einfach. Das ist in nächster Folge. Äh, Jaugwei-Höhle. Ach, hier habe ich aber noch viele Sachen, die ich noch nicht entdeckt habe. Fällt mir gerade mal so auf. Ich, äh, mache hier aber gerade noch den Grat. Wenn ich schon hier bin. Nehme ich den Grat auch noch mit. Der schmale Grat, auf dem wir wandern. Äh. So. Und das mehr? Hallo. Ich weiß nicht, was du da redest. Ja. Tschüss. Und. Danke für die Munition. Und die Waffen. Äh. Hier komme ich nicht hoch. Aber hier habe ich eine Xander. Daneben nicht. Ist jetzt nicht so, dass ich die unbedingt haben muss. Ähm. Ich will den Grat noch erkunden. Muss ich dafür extra jetzt da hoch? Er ist ja noch in der Folgenlänge drin, ne? Ist das nicht so schlimm? Aber, wenn das, wo ich war, noch nicht das Lager Weißläufe, Weißbeine war, wo ist das dann eigentlich? Fällt mir gerade mal noch so ein. Das muss ja irgendwo sein. Hier ist nur eine Banane. Nehme ich mit. Äh. So. Versteckt. Okay. Damit kann man immer einen guten Scan machen, ob man einen Gegner in der Nähe hat, wovon man selbst nicht weiß. Ich habe viele seltsame Pflanzen im Tal gesehen. Pflanzen, die nach Menschenfleisch lechzen. Ich weiß nicht, woher sie kommen. Hm. Wahrscheinlich waren die Bomben. So. Der Grat. Der Grat. Der Grat. Wahrscheinlich ist das Ende so die, die Über-Über-Festung. Ich bin zehn Stunden mit dieser Folge damit beschäftigt, wahrscheinlich. Ah, jetzt sollten wir aber mal langsam da sein. Das ist halt so ein richtiger Wanderweg. Eine Wanderung, ja, die ist schöne. Ne. Oha. Oh, Kacke. Ich nehme eine andere Waffe. Ganz schlechte Idee. Das war Glück. Würde ich jetzt mal ganz stark behaupten. Ja. Äh. Dann. Würde ich dann in der nächsten Folge. Äh. Zicken sie den Jaguar bei Pine Creek. Bringen sie den Jaguar Höhle zum Einsturz. Machen wir das in der nächsten Folge. Äh. Da können wir dann auch so noch diese Sachen hier entdecken. Den Rest haben wir ja schon alles entdeckt. Hier ist es wie Mary. Sehr gut. Das ist noch. Das fehlt noch. Vielleicht können wir das alles ja in der nächsten Folge machen. Ich weiß das noch nicht. Und das Vogelnest. Ja. Warum? Ne. Ne. Bis dann in der nächsten Folge. Und tschüss.